so herzlich willkommen zurück zu neck außerhalb der normalen aufnahmezeiten weil ich einfach unbedingt jetzt neck ich sag mal fertig kriegen wir haben nur noch ein oder zweieinhalb kapitel glaube ich dann haben wir neck durch zu den kommt ja ist schon forza horizon 2 draußen also ein bisschen rage moment die komplette letzte woche ist in famous leider ausgefallen weil ich einfach nicht zum aufnehmen kam ich bin froh wenn ich jetzt neck machen kann unterm donnerstag dann also den aus den donnerstag dann so jetzt müsste die lautstärke bei euch auch besser sein natürlich kommt dann halt forza horizon und da muss ich auch aufnehmen da bin ich froh wenn ich das am donnerstag hinkriegt finden und ihn dann vernichten doktor komm und rette mich jetzt treten wir aufs gas lukas retten wir die welt und außerdem eine gewisse dame ja ja da waren wir ja letzte folge so au fängt ja wieder geil an so den nehmen auch noch mit und los geht's ich hab den glatze sieht aus die popeye was ein typ hätte ich mir auch eigentlich denken können dass die tödlich sind wirklich schön sieht das da unten aber nicht aus ne pass auf die laser strahlen auf neck warum ach ja hier kann ich ja noch zu glas neck werden so ein paar relikte nehme ich doch gerne mit was haben wir da das wollte ich gerade aufmachen aber okay glas glas tarn neck ist zurück wie konnte ich noch mal wechseln genau dreheg wie konnte ich noch mal wechseln genau dreheg so nicht wie damals den fehler machen dauernd wechseln wo geht's lang da oder da hier ist auch noch was he äh ja aber na C'mon! Cool! hoffentlich schaffen wir es bald hoffentlich kriege ich das auch heute noch durch oh komm jetzt jetzt ist es wieder mobbing ach so ich bin ja aus glas ist schon eine geile sache dass man so ein bisschen mit den elementen auch noch spielen kann spiel ich gegen eine wand oder was man hängt schon wieder die ganze folge hier rum das ist doch ekelhaft jetzt habe ich die fresse voll was ziemlich windig doch jetzt pass auf dass du nicht überbord gewählt wird wer ist auch so blöd baut eigentlich hier draußen einen weg ja wusste ich uah alter gott die pusten aber wieder so ein ein hit one gegner das ist doch grauenvoll grauenvoll komm jetzt gibt es noch mehr relikte wie jetzt wie jetzt ist mir doch egal ich erwarte ich erwarte nämlich einen anruf deswegen kann ich nicht lautlos machen wußte ich es doch das sah schon so komisch aus abfluss abfluss ist das da haben wir jetzt auch fast alles warum hat neck eigentlich einen goldenen mund das war doch vorher auch nicht so immer langsam abwärts ja bei so video sequenzen ruckelt die tv-karte ich weiß nicht wieso das kann ich euch nicht sagen mich hat auch schon jemand darauf aufmerk zu machen vielen dank dafür aber ich würde es selber gerne wissen wie man das beheben kann oh das war knapp das sehe ich doch mit deinem Auge links also nur zwei relikte toll jawoll halt da ist nichts mehr schade oh wie geil das auch aussah ich glaube nicht dass raider gegangen ist immer langsam bruder da ist so jetzt nochmal dead Sollte ich mir das... Hätte ich mir das lieber aufsparen sollen. Ja, hätte ich. Nein. Wie geil das ist, ey. Ähm... Okay. So läuft das. So geht das. Hä? Ich hab fünfmal geschlagen. So, gehen wir aber mal weiter in der nächsten Folge, damit ich dann mal wieder... Eine Folge habe da.